Ich bin bei Macfit und werde heute Nacht jetzt breiter, check check, Leute sagen, der ist krank, guckt mich an, ja, Hakanabi breit gebaut wie ein Schrank, dieser Typ, der geht nach vorn, was ist los, dieser Typ, der dreht durch wie ein Reifen, ich krieg nen steifen, Officer, diese Scheiße können die Leute nicht begreifen, Officer, was ist los, Leute sagen, Katan leer, doch wenn ich komme, Bruder, ist die Katan leer, ich werde Leute aufschlitzen, guckt mich an, ich esse mich an, ich scheiß Tor auf, Junge, Jungs, wenn ihr schießt, ist er tot, wenn ihr schießt, ist er tot, euer Kollege ist tot, wenn ihr schießt, man, verpisst euch, verpisst euch, geht weg von der Karre, oder ist tot, Jungs, geht weg, oder wer schießt denn, man, los, fahr jetzt, der liegt, der liegt, der liegt, der liegt, der hat mich, der liegt, Digga, was ist denn mit dir, Digga, oh mein Gott, das ist, ihr seid zu schlecht, wirklich, ihr seid einfach nur abartig, hässlich, oh mein Gott, sie, oh, das ist, der ist schlechtest, der erpisst, ey, da versucht man einmal AP, Bro, das war so geiles AP, die letzte Begegnung von uns erinnern, wo sie gesagt haben, wir hielten, krieg sie noch, der arme Digga, ähm, ja, ich glaub, dass sie mich da nicht verstanden haben, okay, erzählen sie, können sie mich auch, damit hab ich gemeint, dass sie mich verstanden haben, hier mal, gemeinsam am Hagel gehen, und dann, was ongeln, deswegen, das kriegen wir nochmals Termin bezogen, so ein Pranker sein, denken sie das, ich glaube, wir sollten mal fahren, scheiße, da oben ist das LSPD, laber nicht, Leute, da oben ist das LSPD, oh, scheiße, okay, andere, wo, es war nur ein Prank, steig ein, jetzt, es war nur Spaß, wir wollten nur ein bisschen Prank machen, aber ich glaube, jetzt ist ernst, scheiße, so, rutsch mal ein Schwanz, du keine Fotze, ja, du kleine Fotze, ja, Bruder, wegen Fahren ohne Führerschein kommt hier FIB, FIB, ich würd ihnen einmal ihre Langwaffe abnehmen, Liger, eins, zwei, ja, ja, man, ich sag, das wäre fach, ich hab ja auch für den Führerschein, eins, zwei, drei, ihr habt eh keinen Führerschein, eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Wagen, ein FIB-Wagen, ein Helikopter, ein Großeinsatz, ein Großeinsatz, wegen Fahren ohne Führerschein, ihr seid lächerlich, LSPD-Beamten, ihr seid keine LSPD-Beamten, ihr seid alles Fotzen, ihr seid eine große Gruppierung, eine große Fotzen-Gruppierung, die meinen Schwanz nutzchen will, weil ihr meinen fetten Schwanz geil findet, eure Freundinnen haben euch gesagt, wie geil ich sie durchgefickt habe, und deswegen kommt ihr alle an jetzt, weil ihr auch meinen Schwanz haben wollt, ihr keinen Fotzen, aber gibt's nicht, du kennst, du kennst keinen Fotzen, Digga, mein Schwanz passt in große Fotzen, wie von euren Freundinnen, Alter. Okay, sonst noch was? Ja, Digga, dann erklär, bitte erkläre mir, was ihr durch, habt ihr durchgefunkt, der Helikopter ist ohne Führerschein gefahren, und alles so. Ja, ohne Spaß, Mann, wirklich. Oh! Oi! Hey! Nein! Ja, Digga, was ist das denn, Bruder? Du musst einfach gerade ausfahren und rechts, da ist ein Krankenwagen. Genau. Danke! Danke! Hab ich schon krass gemacht, oder? Habt ihr gesehen, wie ich, wie ich, auf jeden Fall, nur schnell, Hauptsache irgendwas sagen, so, äh, naja, vorne rechts, ne? Der Tipp, gebe den Boss. Ja? Entschuldigung, sind Sie ein Assi? Er steht auf. Einmal zu der erste Instinkt, wir wollen sich umgehen, weil es da sicherer ist. Hallo? 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 Ich zie! Hallo? Hier ist es ein großes San Voelt. Mech ist ein großes San Voelt. Jeder macht ihr den Boss. Mech ist nicht an seiner Zeit. Bieеля, kommen ja damit sie mitles leben. Sch Mitklappen Sie Schmeiß diesen Schmutz so schnell wie möglich hier ab. Raus da mit Ihrem Spons. Weike aus der Kutsche, du Schakal. Weike aus der Kutsche, du Schakal. Du Zecke, geh weg von mir, du Blutsauger, du, geh raus. Ey Lottie, nimm den Mund nicht so voll, du bist auch einfach. Was willst du denn hier? Ja, die schubsen sich hin und her. Ja, wow, dann musst du es nochmal schneller gehen. Der mit Joghurt in den Rucksack verliert. Der mit Joghurt in den Rucksack verliert. Ja, was ist denn das? Schnell mit Joghurt in den Rucksack verliert. Sinses, was geht ab? Schön, dass du da bist. Ja, was ist denn das? Wie geht's jetzt Sinses, was läuft? Den kann man auch so nicht scheißen, das haben wir ja. Ach, wir müssen aber schon wieder weggehen. Kevin, bist du besoffen? Willi, geil. Alles easy. Kleine Ansage gemacht hier, der Officer Hilton. War das gerade sein Mikrofon? War das gerade sein Mikrofon, Digga? Geht gut. So, also, wahrscheinlich ist das die letzte Nacht meines Lebens, Worme-Nackt-In-Pool. Äh, hast du eine Sauna hier? Ansonsten könnte es sehr klein werden. Äh, sehr kalt werden. Entschuldigung. Das habe ich jetzt überhört. Krankenhaus, LSBD oder Würfelpark sind 30 km, öffentliche Parkplätze 15 km, inner-ort 80 km, außer-ort 120 km, Palitier Bay oben 80 km, Osteilweg, unbegrenzte Geschwindigkeit, Richtgeschwindigkeit 130 km. Ich möchte jetzt echt hier nicht irgendwie fies sein, aber ich finde, sie wissen ganz schön wenig dafür, dass die einen Führerschein eigentlich haben. Ja, Kollege. Ey, ich schicke ihn weg. Isaac, wir wollen kurz Weiber-Thema. Ach, weiber. So. Also, erstmal bin ich ein bisschen verwirrt, weil er sich heute voll komisch verhält. Das wollte ich, ich wollte sagen, dass er auf einmal... Er markiert so auf Dicken. Ja. Ne? Oh Gott. Hi, cool. Ja, Schöster. Also, ohne Scheiß, ne? Als ich da meine Periode bekommen habe, ne? Und mir die ganze Hose voller Blut gesifft war, boah, war das nervig, Alter. So ekelhaft.